Okay, ich habe jetzt die Hoffnung, also Dominik, der ist natürlich ganz weit vorne, also wenn ihr jemanden kennengangen wollt, der eine Fireworks-CD hat. Dominik, bist du eigentlich aus Dresden? Aus Dresden? Direkt aus Dresden? Heitag von hier? Dresden ist ja groß, ja riesengroß. Dominik ist jetzt so spartlos, er ist völlig gar nicht, er guckt mich an, freundlich, aber er ist emotional so geladen. Wir machen das später nochmal. Wie heißt deine Liebklinge? Freimals? Ja! Die Elf haben sich nicht zufrieden. Tja, Dominik, wieder was dazu gelernt.